Wissen Sie, woran ich gerade denke? Ans Einkaufen. Und daran, dass ein Schnäppchen eigentlich etwas Eigenartiges ist. Überlegen Sie mal. Um ein Schnäppchen zu machen, müssen Sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Das wiederum kostet Zeit und Geld. Und was Zeit und Geld kostet, ist doch eigentlich gar kein Schnäppchen, oder? Stimmt. Damit Sie nicht jedem Schnäppchen hinterherjagen müssen, gibt es die neuen Billa Dauer Billigpreise. Mit über 300 dauerhaft preisgesenkten Produkten. Billa, sagt der Hausverstand.